Der 13. Livestream von den Devs ist gestern rausgekommen und ich muss sagen, da sind einige gute Verbesserungen drin. Die wohl größte Änderung ist das 8-Skills-System. Wie man hier sehen kann, kann man jetzt mit einem Tastendruck die Leiste an Skills wechseln und benutzen. Sieht meiner Meinung nach auch echt gut aus. Nur würde ich gerne meinen Cooldown zu den Skills, die hinten sind, gerne sehen können. Man kann diese nicht richtig erkennen, wenn sie off-Cooldown sind. Aber ich bin mir sicher, dass wir zu dem System eh noch Quality of Life Anpassungen sehen werden. Für dieses Update sollte man jetzt nicht mehr bei manchen Klassen so viel die linke Maustaste spammen. Eine weitere gute Änderung ist, dass man jetzt mit dem Mount sehr viel weiter sprinten kann und die Leiste für Sprinten lädt jetzt auch viel schneller auf, wie man hier sehen kann. Ein Limit-Break-System wird hinzugefügt. Damit könnt ihr eure Ausrüstung weiter verbessern. Das Max-Level liegt bei plus 5 im Moment. Das bedeutet, wenn ihr jetzt eine neue Waffe craftet, könnt ihr sie davon nutzen, damit eure Main-Waffe stärker wird. Das gleiche gilt auch für die Echoes, also die Monster, die ihr beschwören könnt. Die bekommen sogar eine Cooldown-Reduction, wenn ihr sie weiter levelt und ab Ende sogar noch einen zusätzlichen Effekt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass das Craften fehlschlägt. Aber keine Sorge, dabei geht eure Waffe oder Echoes nicht kaputt. Zudem wurden die Drop-Chancen auf Waffen in Dungeons erhöht und man kann jetzt Echoes in Dungeons gedroppt bekommen. Und zwar diese Echoes, die als Rüstung zählen, nicht die man beschweren kann. Was nochmal ein guter Anreiz ist, um die Dungeons auch öfter zu laufen. Zudem wird es noch eine neue Zone, ein neuer Dungeon und ein neuer Time-Attack und Score-Attack geben. Auch neuen Content wird es geben, in Form von einem Tower-Defense-Modus. In dem können 18 Spieler Horten von Gegnern bekämpfen, während man das Haupt-Tor der Stadt verteidigt. Manche Gegner werden Spieler fokussieren, andere wiederum das Tor. Ob es wie ein Raid funktioniert und man nur alle paar Stunden teilnehmen kann, oder es ganz normal wie ein Dungeon funktioniert, wird sich noch zeigen. Falls ihr das Max-Level erreicht habt, was nur 1960 ist, bekommt ihr jetzt noch weitere Erfahrungspunkte. Diese sind aber nicht zum Leveln da, sondern dazu, wenn ihr eine bestimmte Anzahl an Erfahrung gesammelt habt, wird diese in eine andere Währung umgewandelt. Womit ihr euch dann verschiedene Verbrauchsgegenstände, Tickets für Craften oder auch Emotes für den Chat freischalten könnt. Was ich eine gute Änderung finde, so werden die Leute, die nicht alle Klassen leveln möchten oder können, wenigstens noch für ihre Zeit belohnt. Kommen wir zum Gacha. Falls ihr das Gacha mögt, wird euch diese Änderung sicherlich gefallen. Wenn man jetzt bestimmte Adventure-Bots abschließt, bekommt man am Ende dafür Tickets für Gacha. Das gilt auch für Achievements. Also an alle, die Free-to-Play spielen, ihr bekommt jetzt auch umsonst Tickets. Kommen wir noch zu ein paar Quality-of-Life-Änderungen. Ihr könnt jetzt eure Klasse außerhalb der Stadt ändern, wenn ihr nicht im Kampf seid. Ihr seht jetzt, was andere für eine Waffe und Plugs haben, wenn ihr das Profil anschaut. Wenn ihr euch jetzt teleportieren wollt, werdet ihr nach dem Update nicht mehr 5 Sekunden warten müssen, sondern das passiert jetzt direkt. Und der Liquid Memorize-NPC befindet sich jetzt auch in Camps auf dem Feld. Zur Erinnerung, der Liquid Memorize-NPC ist ein NPC, wodurch ihr Buffs für eine bestimmte Zeit bekommt. Ich blende euch mal ein, welche. Es ist jetzt sehr viel angenehmer, diese zu benutzen und man muss nicht immer in die Stadt rennen dafür. Mit dem neuen Update löst ihr als Blitzlenzer jetzt nicht mehr die Sigils von anderen Blitzlenzern aus, was viele Spieler wohl freuen dürfte. Vom 27. November bis zum 6. Dezember werden die Devs eine Umfrage über das Spiel rausbringen. Alle, die daran teilnehmen, bekommen einen Beauty-Salon-Voucher. Und hier sind noch einmal Codes, die ihr einlösen könnt, wenn ihr in Japan spielt. Zuletzt kommen wir noch zum Advent und zur neuen Gacha-Rotation. Bei dem Weihnachtsevent, was vom 22. Oktober bis zum 20. Dezember geht, könnt ihr Ornamente sammeln und sie gegen verschiedene Outfits und mehr eintauschen. So ähnlich wie das Sommer-Event. Die ganze Stadt wird dekoriert sein und es wird eine Weihnachtsmusik im Hintergrund geben. Aber auf diese Sachen müssen die Global-Spieler wurden noch ein ganzes Jahr warten. Das war's mit den Updates und ich muss sagen, es gefällt mir alles von den Updates. Viele gute Quality of Life Änderungen und sie hören wirklich auf die Community. Ich hoffe, dass wir bei den Game Awards eine Neuigkeit für Global bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert gerne den Kanal und bis zum nächsten Mal.